Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Akkulaubsaugertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Die Besten Akkulaubsaugertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Alco Akkulaubsauger. Der Akkublattgebläser Alco LBV 4090 gehört zu den Geräten mit Doppelfunktion. Das bedeutet, dass Kunden mit diesem Gartengerät sowohl abgefallene Blätter vakuumieren als auch blasen können. Ein Laubbläser, der mit einem Anhänger ausgestattet ist, ermöglicht eine werkzeuglose Einstellung zwischen einer Saug- und auch einer Blasfunktion. Sie können Blätter in einem Haufen ansammeln oder das Saugre nutzen. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Delta Fox Elektro Laubbläser. Das elektrische Falllaubgebläse DG LB 3014 von Delta Fox ist dank seiner einfachen Handhabung sowie eines ergonomisch geformten zweiten Griffes das Idealwerkzeug für Hof und Hof. Dank der zusätzlichen großen Räder lässt sich unser gefallenes Laubgebläser auch auf ungleichem Gelände leicht bewegen. Die leistungsstarke Blasfunktion ermöglicht es, als Luftwissen ohne Probleme genutzt zu werden. Ebenso begeistert es mit einer Fahnenrate von bis zu 13.000 Umdrehungen pro Minute und auch mit der angenehmen Zweihandbedienung. Auf Platz 3 haben wir die Blackplus Degger Akkulaubbläser. Benötigen Sie einen einfachen Alltagsbegleiter, den Sie nicht zur Abrechnung benötigen? Dann haben Sie tatsächlich an der richtigen Stelle mit dem Blackplus Degger GWC 3600 L20 QW Akku Falllassigebläse. Dieser wird mit einem 34 Volt und auch 2,0 Ampere Lithium Ionen Akku betrieben. Das Ladegerät besteht ebenfalls aus. Sie können auch die Batterie sowie Ladegerät für verschiedene andere Produkte vom Lieferanten nutzen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Ruby Laubsauger RBV 36B. Wenn Ihr Hof oder Ihre Terrasse im Herbst mit vielen gefallenen Blättern bedeckt ist, benötigen Sie ein kräftiges Fallgebläse. Der Akkupläser Ruby RBV 36B 5.133.2524, in dem viel Leistung eingebaut ist, eignet sich für besonders harte Arbeit. Der Motor nimmt circa 12 Kubikmeter pro Minute auf und hat ein Schnittverhältnis von 10 Erste. Daher werden die Blätter direkt in sehr kleine Einzelteile zerlegt. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Einhell Akkulaubsauger. Das Einhell GCL 363.433.600 Akku Blattvakuum ist ein gutes Allrundgerät, das auch zu einem fairen Preis zur Verfügung gestellt wird. Mit seinen Massen von 30,5 B24,4 B45 cm und seinem geringen Gewicht von 3,38 Kilo ist es wirklich bequem. Wenn das Werkzeug scheint ein bisschen auch schwer für Sie, können Sie die Verwendung eines Springband, um das Gewicht effizient zu zerstreuen und auch die Arbeit zu erreichen, saugen die gefallenen Blätter. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.